Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trouble in Terrorist Town mit Sebastian, Peter, Brammen, Christian und Danucard. Ich hoffe ich habe niemanden vergessen. Wir spielen eine neue Map. Ja stimmt. Es brennt hier. Sepp Fancy. Es brennt. Es brennt. Sepp, verkaufst du was? Ja, ich verkauf hier M4. Ey, wenn ihr beides seid, dann würde ich mich mega aufregen. Gerade im Sonderschlussverkauf. Wie viele Leute seid ihr gerade da? Nicht mich runterstoßen. Drei noch. Dann ist einer auf jeden Fall schneller. Nein, ah! Da ist einer gestorben. Peter war es. Peter hat Bram getötet. Und war das mit Dalu? Warum ist der still? Peter hat Bram getötet. Ne, 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 Jay. Neu, Peter, Bram! Ja. Ne, ne, Jay. Christian, ich glaube Jay und Peter sind es. Ja, aber Dalu war plötzlich so richtig. Der hat gar nichts mehr gesagt. Jey hat wahrscheinlich Dalu gemacht. Oder Jay und Dalu sind es. Irgendwer von der Bande da. Die Rasselbande. Da ist irgendwer runtergefallen. Dalu war es. Nein, und der andere... Ganz weit weg. Welcome to the future. Oh nein! Ich war doch was am Suchen! Yeah! Schade! Ihr Säcke, ey! Hat er da einfach den armen Bram getötet. Wie lange das viel gebraucht hat, um aufzugehen? Ich glaube, weil Peter da vorstand, kann das sein. Das glaube ich nicht. Schade, dass du da im Shop warst. Das wäre eine gute Runde gewesen. Ja, scheiße, ey! Ich hab den, äh... Widerweber gesucht, aber einfach nicht gefunden. Aber gut, Jack! Oben ist halt einer umgebracht worden und Jay kommt zu den Leiterhund kommt. Ich wusste nicht, dass Dalu oben war. Ich wusste tatsächlich nicht, dass Dalu auch noch oben war. Ich wusste nur was von Bram und Peter. Deswegen hab ich gedacht, Peter hätte das gemacht. Und dann hab ich gesagt, hä? Sie haben sich gegenseitig verarscht und wollen sich dann gegenseitig da hinten quatsch fragen. Hä? Hä? Ich war sehr verwirrt. Ist die Map cool? So, oh, was haben wir denn da jetzt? Tür rein. Ganz schön strange hier. Hallo? Oh, guck mal hier, Shopwaren. Wo sind wir denn hier? Hier war ich ja noch. Oh, ganz schön viele Schnibber hier. Und die Pumpen. So, was haben wir denn hier Feines noch? Ist das? Oh, Leute, hier war ich wohl schon. Nimm mir die doch mal. Oh oh. Sepp. Oh, hier ist voll die schöne Musik. Ja, hier sind alle. Da ist Peter. Hier sind alle, alle, alle. Hier wollen alle, alle, alle. Hier sind alle, alle. Hier sind alle, alle. Okay. Jetzt nicht mehr. Wie immer ist der der Geist Traitor. Ja, du bist weg. Ja. Du siehst halt aus. Gucken wir doch mal. Oh. Hä? Was ist das für Bullshit? Oh, Peter testet gerade die Traitor-Items. Nein, 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 nein. Ich teste gerade den Aufzug. Ich würde auf jeden Fall nur nicht über diese Holzbrücke gehen. Das ist halt... Ich weiß halt nicht, was hier die Traitor-Sachen sind. LOL. Fick dich. Fick dich. Fick dich, wer das war. Oh Gott, das war nur Disco. Ich habe hier irgendwas aktiviert. Ich war... Das ist jetzt nicht in Ordnung. Irgendwann in der Bürgerbude habe ich aktiviert. Ey, hier ist eine rote Hand. Soll ich da mal drücken? Ja, mach mal. Dann geht die Brücke kaputt. LOL. Da oben. Da oben geht ne Tür auf. Wie ist das? Jay. Da oben geht ne Tür auf. Die ist echt. Oh, Teleporter. Ganz linke Tür, Jason. Teleporter. Hallo, Dalu. Und hier ist einfach nichts. Das hat er voll gelohnt. Wie kommen wir jetzt hier wieder... Wow. Ah, okay. Alles klar. Na ja, okay. Gut zu wissen. So, Dalu und... Wer ist da drin? Wer ist das? Jetzt ist das Bram. Wer gerade war doch Jay hier drin? Sepp, Sepp. Sepp. Gibt's ihnen einen Geheimgang? Ich glaube, Sepp will mich töten. Dalu! Jaja, Lüge. Bram ist rausgekommen. Ich bin das als Discoist als Bram. Hinter dir. Ich bin das Discoist als Bram. Hinter dir. Ja, also wenn ihr Bram seht, könnt ihr ihn abballern. Links, 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 links. Das Ding. Die geht auch nicht auf. Ist das hier ein Rätsel, was ich hier sehe? Doch, die geht auf. Nein, gibt die nicht? Ich hab hier ein Rätsel. Ja sicher, Alter. Du musst dagegen laufen. Was war das jetzt? Bram blott mich. Ich komm nicht mehr aus dem Raum raus. Kommst du nicht mehr raus? Sepp. Da noch hab ich geschossen. Ich hab noch halbes Leben. Ich hab noch halbes Leben. Ich hab noch halbes Leben. Ich bin doch immer noch in dem Raum. Hä? Was denn? Ich bin da. Hallo? Ich hab das auch gesehen. Da. Fuck. Ich wurde wegteleportiert. Hey Dalu. Hau ab Dalu ist es. Du bist doch genau da, wo du vorher warst. Du bist doch genau da, wo du vorher warst. Der wurde getötet. Oh oh. Warte mal. Peter überlegt sich das anders. Was denn? Ich bin ein guter. Ach so. Alter. Alter. Irgendwo ist Dalu hier weggerannt. War Christian denn ein guter oder ein böser? Hast du den mal confirmt? Warte. Warte, warte. Da. Alles klar. Da hab ich gegenseitig gekillt. Wow. Ist Jay getötet worden? Nee oder? Das heißt Jay und Dalu sind die Bösen. Äh. Ich weiß nur, dass Dalu der Böse ist. Da ist da jetzt jemand drin. Wo bist du denn? Ja. Alter Peter ey. Warum schießt du mich einfach weg? Sind deine Wünsche wieder wieder beliebt? Ich hab Christian weggeschossen. Ich hab auf den Träger geschossen Peter. Ich wusste das hat Sepp war. Ich hätte einfach Sepp töten lassen. Ich wurde von Peter getötet. Nein. 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 Okay. Alles klar. Sehr gut. Minus fünf Punkte. Nice. Oh mein Gott. Dalu die waren ein bisschen verwirrt glaube ich. Also die Kanad geschnallt hat wir beide gerade Jay getötet. Weißt du Sepp und Dalu waren da um die Ecke. Dann haben die halt weggeknallt. Ich will auf Sepp schießen. Plötzlich fall ich um. Wobei wir haben alle auf Christian drauf geschossen. Aber Peter hat ihn wohl weggefinished. Ich hab nicht auf Christian absichtlich geschossen. Loli ist ein Täter Tester. Sonst wäre er nicht von dir gestorben. Wir wollen ein Steak. Ich brauche ein Steak. Wo ist Steak? Ich brauche ein Steak. Ja es gibt ein Steak. Steak Required steht da. Hä? Scheiß Lift hat nicht funktioniert. Nein Peter. Was wollen sie hier immer? Peter? Wieso geht der Lift nicht? Kannst du mal auf die zwei drücken und nicht auf die eins? Wir sind schon auf die eins. Ich will auf die drei. Die drei geht nicht. Ja hier geht gar nicht. Jetzt drück doch mal auf die zwei dann. Ich hab jetzt ne Brandgranate in der Hand. Weißt du warum die Steak aus? Das ist ja immer noch. Jetzt willst du mich verarscht. Doch guck mal jetzt fahren wir nämlich. Ja ja und jetzt kannst du mich ab. Erstmal nehme ich hier die richtige Waffe. Moment die Waffe ist ja scheiße. So was ist das hier überhaupt für ein Ding? Hat jemand das Steak gefunden? Ich geh auch weg. Nein. Ich hab nen Burger hab ich hier. Ich geh eben den aufzu. Ich wollte das Steak. Guck dir das mal an. Das ist irgendwie. Weiß ich auch nicht was das ist. Okay. Nee nicht Sepp. Das ist. Man braucht ne Kombination. Das ist so ein. Du kannst das drücken. Jeden Knopf einzeln. Ja ich hab das auch. Das hab ich wohl auch herausgefunden. Ja ich hab. Achso ich hab. Naja. Wo finden wir denn jetzt ne Kombination? Wie was? Wo bin ich? Das weiß ich wiederum nicht. Auch draußen. Weißt du das? Scheiße. Weil ich dich gesehen hab. Weil ich an dir vorbeigelaufen bin. Mit Christian. Gleich hat er ne Melon. Hahaha. Die Melon hab ich gehört. Hahaha. Gleich. Wer wär denn bei dir? Scheiße. Hab ich den hier aufgenommen. Ich hab keine Ahnung wer jetzt da hinten drin. Peter hat gerade Dalu weggemacht. Oder umgekehrt. Einer von meinen. Ja? War das mit Sepp? Weiß ich nicht. Den hab ich nicht gesehen. Schon wieder nen Burger hier. Für du Burger. Ich brauche nen Steak. Da ist Sepp. Was hast du denn? Gern einen Shotgun eigentlich lieber. Alter Bram. Boah. Das Piepen war echt nicht cool. Wow Peter. Was? Nein ich hab geschrieben. Oh ich hab noch keine Waffe gehabt. Der ist gestorben. Der ist gestorben. Ja mach ich. Oh nein. Ach fuck. So Peter ist Trader. Und ich hab jetzt ne Melon. Wer hat da drauf geschossen? Ich hab ne hier ne Miene. Dann kann doch nur noch Jay oder Sepp sein. Der Hallo liegt hier oben auch. Habt ihr beide drauf geschossen? Hey was schießt denn du einfach? Sepp schießt auch direkt. Du hast auch nicht geschossen direkt. Christian hätte ich nicht wegmachen können direkt. Ja sehr gut. Jay hat safe als erstes geschossen. Ja hab ich ja auch. Das war der klassische Peter ey. War ja auch logisch. Wer sich einlullen lässt. Das war wie einlullen. Nein. Nein nicht das sondern. Du hast zuerst geschossen. Der ist doch auch richtig. Der ist doch auch richtig. Ich hab's ja auch gesagt. Ich hab's ja auch gesagt. Nein ich hab nicht zuerst geschossen. Nein 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 nein. Ich hab's doch. Christian hat halt klug nachgedacht. Weil ich die ganze Zeit hinter Christian schon stand. Hab's dir ja auch angesagt. Gleich hat er nur Melon. Dann muss ich das ja auch tun. Deswegen hat er halt drauf geschossen. Dann hätte der schießen können. Dann ist der wieder weggerannt. Ja richtig. Das war halt einfach ziemlich deutlich. Der tut halt fest. Ich bin grad ein bisschen durch die Map geflogen. Ich hab keinen Hinweis auf den Code gefunden. Na Mann ey. Das ist zipplich jetzt voll. Wo ist das Steak? Da kriegt nicht den scheiß Code. Ja verstanden. Hier ist der Steak. Da gibt Code und Steak. Ja wir waren Code und Steak. Ich hab so einen Fahrstuhlknopf gedrückt. Und es ist nichts passiert. Der ist irgendwo an der Wand. Es gibt doch in irgendeinem Burger. Ja den hab ich auch schon gedrückt. Hier in einem einen Raum. Stimmt da. In der Burgerbude. Ja. Genau. Da passiert nämlich nix. Ich hab ne Plasma. Na so nix. Wie geiler Fähig Alter. Was ist denn hier? Die Map ist crazy motherfucker. Worst employee. Das ist schon ne lustige Map. Steak required. Ja ich hab irgendwas gedrückt. Was passiert denn jetzt? Unser Grund. Hä? Wo bin ich jetzt? Ich hab nen Knopf gefunden. Ich hab ne neue Welt gefunden. Ich hab ne neue Welt gefunden. Ach deswegen suchst du das Steak. Wegen nem Trader Tester. Yeah. Na komm man also so dahin. Ich verstehe. Hier muss doch irgendwas nicht weiß sein. Sei es auf dem Boden oder whatever. Es sind hier nur diese 3x3 Felder. Jay. Christian. Hallo. Ich hab mein kleines Versteck gefunden. Dann geh ich wieder runter. Na geh mal lieber. Wir verarschen den jetzt. Nee. Burger Boy. Ja ich versuch mal ob das. Ob man unbedingt Steak. Meinst du Burger passt da rein der Welt? Keine Ahnung. Aber ich hab vergessen wo der Trailer Tester ist. Hast du hier eine Bombe da gelassen? Wo wurde der denn? Nein. Ui. Nein. Ich doch nicht. Jay. Ja hier. Ne nix hier. Doch doch hier. Ja ich weiß dass er da ist. Du hast doch mal reiner Tester. Du hast doch mal reiner Tester. Hä? Weil das ist ja dieses karierte Feld. Peter ist immer noch hier. Du musst doch noch am shoppen bist. Deine Mutter ist am shoppen einfach. Peter. Peter. Alter. Nein. Fuck you. Peter hast gerade Quatsch gemacht. Ey Sepp warum bist du so ruhig? Ich such ihn. Hallo. Peter ist wirklich der schießt auf mich? Nein. Da oben. Ich wusste. Peter hat geschaut. Oh man. Scheiss. Richtig unglücklich Peter. Wart ihr schon? Wart ihr schon in diesem komischen? Da unten ist einer. Dalu. Der hat Dead Ringer. Wart ihr schon in diesem komischen QR-Code fällt? Dalu ist es. Ich hab dir noch einen mitgegeben. Der ist hier in so eine Tür reingereist. Wo ist der denn? Wo soll der dich wegmachen mit der Melden? Hallo. Da rechts von dir. Wie? Was rechts von mir? Der ist hier in dem Raum drin. Hier kannst du aber nicht rein. Ne Peter so nicht. Da ist der reingegangen. Okay. Komm her. Ah wo der ist. So. Jetzt stell dich mal ganz lassiv da in diese Laterne. Er ist halt weg. Oh. Super. So. Hi. Da ist er. Schade. Da ist er. Das Ramp war da gerade über dir. Scheiße. Als du nicht da hochgeklettert bist. Ich war da oben drüber und hab mit Peter Spaß gemacht. Ja. Und nicht wieder im Leben von Scheißen. Ich wollte ja Bram töten. Der war doch oben. Ich wollte ihn ja mit der Melden killen. Ne. Ich war oben. Also der war halt andere Seite oben. Alter. Ich war übrigens einen Millimeter entfernt von Bram. Wir standen bei den Leitern übereinander und die geile abgesägte Shotgun hat ihn nicht umgebracht. Krass. Oh. Das ist echt unglücklich. Das fand ich doof. Rätsel kann doch nicht so schwer sein. Komischer. Ja echt wahr. Nein. Danach hab ich dir aber irgendwie abgekauft. Wählt die PKP. Kann ja nicht so schwer sein. Ich hab das Rätsel gefunden Peter. Ich hab nen Burger gefunden. Na wo ist der? Na wo ist der? Steak. Was ist denn das Rätselslöse? Habs doch nicht gefunden. Wir brauchen Steak. Wart ihr schon in nem Chor? Ja das Steak. Ach nee. Hä? Wir haben wieder schon seit 5 Folgen. Ich bin grad zu schlussig bei der Wand gekommen. Ja. Aber Peter hat sich nur nen Burger gefreut. Deswegen wollte ich Peter nur noch mal sagen wir brauchen einen Steak. Wie komm ich hier raus? Peter ist auch dran los. Hab ich da grad richtig gehört. Braben bei mir. Ja. Dieses Steak werden wir nie wieder finden. Hier ist ne Eiscreme. Äh ne Eisshake. Okay ich komm wir nicht mehr weg. Eisshake interessiert uns nicht. Wollte ja nur sagen. Sorry. Hilfe. Peter ich helf dir wenn du mir versprichst auch wenn du Traitor bist mich nicht zu töten. Peter ich seh ich. Ja aber du wirst mich sowieso umbringen weil du Traitor bist. Dann hält dich doch abgeschossen anstatt dir zu helfen. Peter wie krieg ich dich da raus. Okay okay dann versprich ich's. Wie krieg ich dich da raus. Peter ist bestimmt wieder Traitor aber der kriegt dann eh nicht hin. Peter. Bist du raus? Nein. Peter ist bei mir in so ner Box gefangen. Er ist im Sturm. Bei mir bin ich auch in so ner Box gefangen. Du kannst im Traitor-Raum mit eh aufmachen. Du kannst im Traitor-Raum mit eh aufmachen. Ich geh's halt vor mir. Ist das ernsthaft der Traitor-Raum? Weil ich bin ja noch satt. Das ist der Traitor-Raum ja. Okay dann bin ich da geil reingepackt. Ja ist klar. Da haben sich Leute glaub ich schon umgebracht tatsächlich. Ich glaub Dalu hat gerade Sepp gekillt. Ich glaube das ist gelogen weil ich war ebenfalls im Traitor-Raum. Weil ich vor dir da reingerannt bin und ich komm wegen dir. Christian ist hier gerade durchgelaufen. Christian ist hier gerade durchgelaufen. Christian ist hier draußen liegt Sepp. Hä? Wo ist der durchgelaufen? Ich blick hier gerade nicht. Christian ist hier gerade durchgelaufen. Christian ist hier gerade durchgelaufen. Oh Gott Christian schießt in den Raum rein. Wo ist immer dieser Traitor-Raum? Bram hat nen Dead Ring angemacht. Lebt noch. Christian ist hier lecker. Oh Gott oh. Er schießt los durch die Wand. Was ist denn da los? Da ist noch einer. Hier ist Party. Da war. Alles klar ich bin auch da. Wo ist der Peter gewesen? Zwischen den Dingern. Zwischen dem Traitor-Raum und Außen ist so ein Durchgang. Und da steckt er drin. Du weißt auch nicht wie ich hier rauskomme. Du kommst dann nach dem Boden statt nicht mehr raus. Da ist ne Hand dass du die Wand für Traitor durchsichtig machst. Also als Traitor kannst du da durchlaufen. Bram hattest du echt Second Chats. Ja das erste Mal. Lecker. Das geile ist ich war auch mega verwirrt so. Second Chats. Moment. Da oben läuft total mal runter. Verdammte Scheiße. Erstmal die Textung lesen. Was musst du jetzt machen? Oh nein Minispiel nicht geschafft wird tot. Was musst du denn da denn machen? Du kannst halt zwei Tasten drücken. Entweder respawnst du an der Leiche oder du respawnst. Nicht an der Leiche. Am Spawn. Interessant Peter. Wir kommen gar nicht in den Traitor-Raum. In der Preparing. Das war voll lustig. Ja das war dann irgendwie keine Ahnung. Weil ich war auch da drin. Komisch. Ramm kommt da rein. Ach weil er gerade Traitor war. Weil du davor Traitor warst. Ah. Deswegen kamen wir beide auch da rein. Aber ich hänge ja drinnen jetzt fest. Ja du hättest nicht im Traitor-Raum stehen dürfen. Ja Dalu. Was machen wir jetzt? Äh Zepp ist 100% Traitor. So. Woll ich da jetzt reingehen? Nein. Oh. Nein. Warum? Du hast da irgendwo komische Dinge gezahlt. Warum Dalu? Du bist nicht tot. Nein ich bin nicht tot. Ich schieß immer noch. Kann mir mein Muni zuwerfen an der Waffe. Nö. Warum ist Zepp hundertprozentig Traitor? Kannst du das mal ausführen? Das habe ich gesagt damit er mich in Ruhe lässt. Achso. Ja. Oh er macht das nochmal. Oh wo bin ich denn jetzt reingeb... Jay ist Traitor. Hau ab Dalu. Jay ist Traitor. Okay ich geh ja schon Jay. Wo ist Jay? Weh du schießt mir den Rücken. Ich hab dich leben lassen. Ich schieße dir jetzt in den Rücken. Dalu komm mal mit. Ich glaube ich habe einen Rest in den Weiß gefunden. Jay ist rechts im Pool. Den kannst du auf jeden Fall machen. Der hätte mich gerade locker noch eingekauft. Der Zepp! Schieß doch! Zepp schafft mich nicht! Ja von wegen. Das ist doch safe Traitor. Nein! Ja laberwacken. Christian du Penner. Was denn? Was denn? Was denn? Ey komm her. Christian. Also nicht. Warum warnt ihr jetzt Traitor? Okay wir müssen das probieren. Peter oder Zepp müssen Traitor sein. Ist der immer... Prost. Ah. Ah. My god. Haben wir gewonnen? Haben wir verloren? Keine Ahnung. Jetzt haben wir gewonnen. Hä? Wie komplett war das denn jetzt Sepp? Hä? Ich hab halt eine Vermutung aufgestellt. Ja aber warum denn? Nur weil Dalu gesagt... Moment ich hab ja... Hä? Ich hab mich auch gewundert warum wir euch abgeschaut. Ja du bist denn einfach... Der kann schießen auf mich. Bram du warst Traitor oder? Ja sicher. Okay aber Bram du hast doch Sepp erschossen oder? Ich fing die ganze Zeit fest. Ich hab Sepp erschossen. Ja genau. Daraufhin hab ich dich erschossen natürlich. Dann bist du gestorben. Und Bram war der einzige der noch gelebt hat. Deswegen hat die Traitor gewonnen. Oh nein. Sepp mir echt den Sieg kaputt gemacht ey. Bram wollte das schon wieder sagen ey. Ich nehme heute 24 Punkte. Ich bin ja gar nicht bei 27. Okay. Bram hat gewonnen. Glückwunsch. Jawoll. Ich hab nichts gemacht. Bis zum nächsten Mal. Wie geil das. Wie geil das.